Hi und herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Und bei Functional Basics dreht es sich darum, was benötigt ist, um einfach glücklich gesund alt zu werden. Ich bin selbst Experte für Persönlichkeitsentwicklung und im Gesundheitsbereich tätig. Und hier im Podcast lade ich mir immer wieder tolle Expertinnen und Experten ein, um dir Mehrwert und Impulse an die Hand zu geben, sodass du ein entspannteres, gesünderes Leben hast. Und heute gehen wir in die Schule. Und zwar geht es um das Thema 50 bis 60 Stunden Woche als Lehrkraft. Wie du dein Zeitmanagement verbesserst und dein Stresslevel senkst. Falls du jetzt denkst, warte mal, ich bin doch gar keine Lehrkraft oder ich habe ja gar nichts mit Schule zu tun. Nichtsdestotrotz, bleibt gerne dran, weil es wird um das Thema Zeitmanagement und Stresslevel senken gehen. Und um das Thema dir bestmöglich verbieten zu können, dazu habe ich mir den Lehrercoach für Zeit- und Stressmanagement, Alexander Schmidt, eingeladen. Grüß dich, Alexander. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich mich auch, weil es sind auch einige Fragen aus der Community gekommen von Menschen, die im Schulwesen zu tun haben, aber auch von Menschen, die sagen, hey, ich habe hier ein bisschen Stress, ich habe hier was mit der Zeit. Und Alexander, bevor wir auf die Headline zu sprechen kommen und was es für Tools gibt, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Schule, Lehrkraft, Zeitmensch bekommen? Du bist ja selbst aktiv Lehrer und Oberstudienrat an der Schule gewesen oder bist du Oberstudienrat? Ich bin noch Oberstudienrat, genau. Volles Deputat an einem Gymnasium in Frankfurt am Main. Erzähl mal, wie bist du denn zu dem ganzen Thema überhaupt Lehrer werden gekommen? Also meine Ma ist selbst auch Lehrerin, also ich weiß und habe das kennengelernt als Bub, wie das ist, mit Lehrern groß zu werden. Aber wie ist es denn bei dir gewesen? Bei mir war es so, dass ich eigentlich, ja schon seitdem ich in der neunten Klasse war, wollte ich Lehrer werden. Ich habe festgestellt, dass ich gut Mitschülerinnen und Mitschülern Dinge erklären konnte. Ich war als Judo-Trainer auch tätig. Das heißt, ich habe auch mit jüngeren Kindern in einer Gruppe gearbeitet und habe festgestellt, dieses pädagogische Arbeiten macht mir extrem viel Spaß, das Erklären macht mir extrem viel Spaß und meine Fächer machen mir extrem viel Spaß. Es ging dann immer so ein bisschen hin und her, was studiere ich denn jetzt wirklich, weil ich doch sehr vielseitig aufgestellt war. Ich habe mich dann dafür entschieden, die Fächerkombination Mathematik und Latein zu wählen und habe es auch nicht bereut. Mein Lieblingsfach ist Latein, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Da hängt mein Herz wirklich sehr, sehr stark dran. Mathe war so, ja, ich brauche noch ein zweites Fach, aber mittlerweile unterrichte ich Mathe genauso gern oder wieder genauso gern. Zwischendurch habe ich ein bisschen Struggle mal mit dem Fach gehabt und habe dann auch im Studium noch Physik und Astronomie. Astronomie ist ja in einigen Bundesländern ein ordentliches Lehrerfach dazu studiert. Habe in Rostock studiert als Beifach dann und jetzt habe ich eben eine Vierfächerqualifikation. Das heißt, du bist sehr breit aufgestellt. Und welche, wie alt sind die Schüler? Also ich bin am Gymnasium hier jetzt in Frankfurt. Das ist meine vierte Schule mittlerweile und mein drittes Bundesland. Und ich habe eben von der fünften bis zum Abitur unterrichte ich alle Klassenstufen. Und derzeit sind meine Jüngsten, aber die siebte Klasse, also fünfundsechste unterrichte ich gerade nicht, aber habe auch eine Abi-Klasse, dreizehnte Klasse. Hier in Hessen sind es ja G9, dementsprechend bunte Vielfalt auch. Höre ich aber auch raus, dass du verschiedenste, durch die Altersstufen natürlich auch verschiedene Herausforderungen hast, von Jüngeren, ich nenne es mal Pubertären, bis zu fast Erwachsenen. Und jetzt hast du ja schon gemeint, du hast verschiedene Schulen durchlaufen, verschiedene Bundesländer. Ja, eine Frage aus der Community war zum Beispiel, welche Lehrkraft hat es denn in Anführungsstrichen am schwersten? Wir haben die Grundschullehrer, die erste Klasse, die mit den ganz kleinen Stiften durch die Gegend rennen. Und dann haben wir Abi zum Beispiel. Oder wo ist denn so deine Erfahrung oder wie würdest du es einschätzen, welche Lehrkraft hat denn die meisten Herausforderungen im Schulwesen? Das ist eine in der Tat sehr, sehr schwierige Frage, weil ich glaube, die Herausforderungen, sehr unterschiedlich sind, sodass sie kaum vergleichbar sind. Und ich würde es mir nicht wagen, zu pauschalisieren und zu sagen, der Lehrertyp hat es am schwierigsten. Es kommt sicherlich auch ein bisschen natürlich auf eine Fächerkombination an. Dadurch sind natürlich auch unterschiedliche Herausforderungen, also selbst an einer Schulform. Ich sage es jetzt mal sehr salopp, wenn ich in der Sekundarstufe 1 bin, egal ob jetzt im Gymnasium an der Sekundarstufe 1 oder an der Realschule, Hauptschule oder wie die Schulformen auch heißen, Sekundarschule, regionale Schule. Dann habe ich natürlich als Sportlehrer wenig Korrekturen, habe aber mit einer sehr, sehr hohen Lautstärke in meinem Schulalltag zu kämpfen in der Sporthalle. Während ich natürlich als Deutschlehrer Aufsätze korrigieren muss, die eben ein Sportlehrer nicht hat. Aber dafür habe ich eine ganz andere Lautstärkebelastung. Deswegen würde ich das, ich möchte äußerst ungern die Fächer und auch die Schulformen gegeneinander ausspielen. In der Grundschule hat man weniger Korrekturen. Klar, ein Oberstufenaufsatz im Gymnasium braucht sehr, sehr viel Zeit. Aber man hat natürlich wieder andere Belastungen bei der Unterrichtsvorbereitung, nämlich, dass man viel, viel mehr haptische Materialien erstellen muss, anschaffen muss. Das hat man natürlich in einem Oberstufenkurs im Gymnasium eben nicht. Das heißt, es unterscheiden sich die Belastungen je nach Unterrichtsfakt, je nach Schulform und dann eben viel Zeit für Korrekturen, viel Zeit für Unterrichtsvorbereitung. Und dementsprechend würde ich es nicht pauschalisieren. Man hat, Studien haben ergeben, dass vom Arbeitsumfang, aber das ist jetzt nur der Arbeitsumfang, nicht die Belastung, Gymnasiallehrer am meisten belastet sind, sicherlich wegen der Oberstufen der langen Korrekturen, dass da eben ein durchschnittlicher, das ist aber auch nur der Durchschnitt, ein durchschnittlicher Gymnasiallehrer gut 50 Wochenstunden gibt. Ich glaube, das ist ja so ein Gedanke, wenn man jetzt so die Lehrkraft von außen betrachtet, sieht man ja als erstes die Ferien. Große Ferien, kleine Ferien, Feiertage, pup, pup, pup. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin ja meine Mahers-Selbstlehrerin gewesen und natürlich habe ich auch so die ganze Vorbereitung, Nachbereitungszeit mitbekommen, weil sie dann eventuell nicht so verfügbar war, wie ich es mir vielleicht als Kind gewünscht hätte. Jetzt hast du ja selbst im Thema Zeitmanagement und Stressmanagement zu tun. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? War das aus eigener Intention, ich habe hier ein Thema mit meinem Stress als Lehrkraft oder wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich bin, jetzt muss ich gerade überlegen, 2020 im Corona-Jahr in die erweiterte Schulleitung gekommen, erst als schulfachlicher Koordinator, dann ein Jahr später als stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in Wittenberg. Und habe dann gemerkt, dass natürlich auch durch die Aufgaben, die ich als schulfachlicher Koordinator hatte, beziehungsweise dann als stellvertretender Schulleiter, die ja noch umfangreicher waren, gemerkt habe, dass mein Zeitumfang extremst nach oben gegangen ist. Ich hatte schon vorher mal Herausforderungen gehabt, was eben Unterrichtsvorbereitung und Korrekturen anging, aber dadurch, dass die Aufgabenvielfalt jetzt größer wurde, also nicht nur Unterricht, Vorbereitung, Korrekturen, sondern auch administrative Aufgaben, die viel, viel größer wurden, habe ich gesagt, ich muss irgendetwas tun, um mich besser zu organisieren. Und habe damals, lustigerweise auch in Leipzig, wo du sitzt, ein Coaching gebucht bei einem High-Performance-Coach. Ich habe ein dreimonides Coaching durchlaufen, danach hatte ich eine 40-Stunden-Woche freie Ferien, freie Wochenenden, was für mich vorher völlig utopisch war. Das Wochenende musste ich mir wirklich gezielt freinehmen. Ich wusste auch schon, oh, wenn ich mir das Wochenende jetzt freinehme, muss ich entweder das gut organisieren oder es bedeutet Schmerz für mich in der nächsten Woche. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht länger haben. Und ja, das Ergebnis dieses dreimonides Coachings war gigantisch gewesen. Und das war für mich auch die Initialzündung, mich damit weiter auseinanderzusetzen, mich weiter fortzubilden und dann eben auch das für Kolleginnen und Kollegen maßgeschneidert anzugeben. Der Coach, bei dem ich war, High-Performance-Coach, richtet sich eigentlich, oder seine Hauptzielgruppe sind Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte in großen Konzernen und nicht Lehrer. Und dann, ich habe das nochmal sozusagen, ja, wo sind die Stellschrauben für Lehrkräfte? Und das eben auch aus meiner Erfahrung heraus als stellvertretender Schulleiter, als Vollzeitlehrkraft an einer Privatschule wie an einer staatlichen Schule, dann eben, ja, optimiert und biete jetzt eben solches Coaching an und arbeite hier mit Lehrkräften. Lass uns da vielleicht einmal reingehen, so ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Du hast gesagt, du bist in den Schmerz der nächsten Woche rein, hast du mit einem High-Performance-Coach. Was waren denn für dich so drei Dinge, die sich für dich verändert haben oder welche Dinge hast du dann etabliert, dass du wieder zu mehr Ruhe kommst? Dass wir erstmal diesen Weg gehen und dann schauen wir, was hat sich denn bei den Lehrern jetzt, oder was würde sich bei Lehrkräften etablieren? Was hat sich denn bei dir etabliert? Wie bist du entspannter geworden? Also der Kerndreh- und Angelpunkt eines jeglichen Zeitmanagement-Coachings oder allgemein, wenn man sich mit Zeitmanagement auseinandersetzen muss, ist Struktur und Organisation. Das heißt, dass ich eine klare, geplante Woche habe und weiß, was auf mich zukommt, dass ich Ressourcen habe für Unerwartetes, sei es, dass Probleme in der Schule auftreten, dass private Probleme auftreten, aber auch nur Unerwartetes, was auch Schönes sein kann, dass der beste Freund, die beste Freundin fragt, hey, hast du mal Lust auf ein Bier heute Abend? Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass man eine klare, strukturierte Woche hat. Und das erlebe ich bei vielen Lehrkräften, das war bei mir früher genauso. Ich bin in die Woche reingegangen, habe den Unterricht von Tag zu Tag vorbereitet. Okay, das musst du noch machen, das musst du noch machen. Vielleicht mal von heute auf übermorgen vorbereitet. Aber diese klare Struktur zu sagen, ich plane mir meine Unterrichtsvorbereitung genauso in den Stundenplan ein, wie meine Unterrichtsstunden eingeplant sind, das habe ich nicht gemacht. Und das führt zu dieser Kleinschrittigkeit, diesen Fokusverlust und letztlich zu wesentlich mehr Zeit, die man aufwendet. Und dann sitzt man plötzlich wieder abends dort, bis spät in die Nacht, weil man sagt, hey, ich muss das jetzt irgendwie noch fertig kriegen und verliert sich in Details. Das ist so der Kernpunkt. Du hast ja nach drei Punkten gefragt, das eine Verlieren in Details, das ist eben das große Ganze im Blick zu haben und zu sagen, hey, eine Stunde muss nicht hundertprozentig vorbereitet sein, 80 Prozent genügen auch. Ich habe es so häufig erlebt, das erste Mal im Referendariat, aber später auch noch. Ich habe Stunden vorbereitet, habe gesagt, das Arbeitsblatt, das muss ich doch noch besser machen. Da muss ich noch, da kann ich noch eine Stellschraube drehen und so weiter. Letztlich war die Stunde zwar perfekt vorbereitet, aber ich habe bis spät in die Nacht gearbeitet, hatte wenig Schlaf gehabt. Am nächsten Morgen war ich total kaputt. Ich hatte gar nicht die Energie dafür. Jetzt hatte ich zwar eine total toll vorbereitete Stunde, konnte aber da vor der Klasse gar nicht so performen, wie ich wollte, weil ich einfach fertig war. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich die Stunde nur 80 Prozentig vorbereite, kann ich vor der Klasse performen, habe genügend Schlaf, und die Stunde läuft viel, viel besser als die Stunden, die ich toll vorbereitet habe. Und das ist eben auch dieses, ja, dieses loszulassen und zu sagen, was ist denn der Fokus eigentlich in meiner Stunde und nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Und das heißt jetzt nicht, dass man seinen Unterricht nicht gut vorbereiten soll, nicht gründlich vorbereiten soll. Das möchte ich nicht sagen. Aber dass man einfach manchmal sagt, okay, das reicht, wenn es so ist, das passt und nicht noch ein bisschen und womöglich noch nachbessert und sagt, die Stunde ist fertig. Und dann setzt man sich zwei Stunden später wieder hin, weil man eine Idee hatte, ach, man könnte doch noch einen anderen Unterrichtseinstieg machen. Also ich kenne das mit diesen verlierenden Details, wenn ich Vorträge oder Workshops für Unternehmen vorbereite, im Kontext Gesundheit, Stress, also je nachdem, was das Thema gerade ist, da habe ich mich auch häufig verloren. Und dann habe ich dann auch bis nachts die Präsentation vorbereitet und konnte dann nächsten Tag, also das haben jetzt die Teilnehmer und Teilnehmer gar nicht gemerkt, die wissen ja nicht, okay, wie bin ich mit 100% fit und wie bin ich mit 80% oder 60% fit. Aber ich habe es dann selbst gemerkt irgendwie, boah, früh ein bisschen so knüllig gewesen. Also auch diesen Übertrag auf andere Branchen ist natürlich jetzt möglich. Ich würde gerne Struktur und Organisation einmal darauf eingehen. Du hast gesagt, hey, so Vorbereitung, Nachbereitung, einplanen. Wie organisierst du denn deine Woche? Wie bringst du da Struktur rein? Machst du das digital? Hast du einen analogen Kalender? Wie strukturierst du das? Und was kommt alles in deinen Kalender rein? In meinen Kalender kommt alles. rein, was terminlich sozusagen ist. Es ist sozusagen keine Lücke in meinem Kalender. Das klingt jetzt erstmal richtig anstrengend, aber ich plane mir auch meine Pausen ein und meine Erholungszeiten. Ich nutze einen elektronischen Kalender. Ich persönlich nutze den Google-Kalender. Alle anderen funktionieren auch. Ich habe Erfahrung gemacht, dass er vom Hands-on am besten ist, aber das ist einfach Geschmackssache. und ich habe für jede Task sozusagen eine eigene Kalenderfarbe. Also das heißt, mein Unterricht hat eine Farbe, dunkelgrün, hellgrün sind dann die Unterrichtsvorbereitungen. Ich habe für administrative Aufgaben als Klassenlehrer habe ich eine Kalenderfarbe. Ich habe dann eben für meine Pausen eine eigene Farbe und so weiter. Und all das plane ich mir gezielt in meinen Kalender ein. Ich weiß am Anfang der Woche ganz genau, wann mache ich die Unterrichtsvorbereitung für welche Klasse. Ich mache sie auch en bloc. Das heißt also gerade in Mathe oder Latein, den ich Langfächer habe, also sprich die Klasse mehrmals in der Woche sehe, dass ich nicht sage, ich mache jetzt da die Unterrichtsvorbereitung für diese Stunde und da mache ich für diese Stunde, sondern ich plane mir sie so ein, dass ich dann gleich die vier Wochenstunden komplett durchplane, dass ich nicht wieder anfange. Gegebenenfalls muss man, wenn die Stunde nicht ganz so läuft, wie man es sich geplant hat, einmal kurz nachjustieren, aber das ist innerhalb von fünf bis zehn Minuten gemacht. Und das ist der entscheidende Fokus darauf. Und das Schöne ist, beim elektronischen Kalender im Gegensatz zu einem analogen Kalender, ich kann Termine verschieben. Und zwar, wenn jetzt unvorwilliger gesehene Sachen kommen, kann ich sagen, okay, ich kann jetzt diesen Tag, den ich am Montag eingeplant habe, weil jetzt wirklich was Dringendes ansteht, kann ich auf den Dienstag locker verschieben, ohne dass ich das jetzt im analogen Kalender rausstreichen muss, für Dienstag eintragen muss. Ich verschiebe einfach meine Einträge im Google-Kalender hin und her. Und ganz wichtig ist, ich plane mir grundsätzlich Puffer ein, das heißt also zeitlichen Puffer, eben für diese unvorhergesehenen Dinge. Ich mache meinen Kalender sonntags abends, das ist für mich so eine Routine geworden, sonntags das zu machen, ein Ritual. Viele meiner Coaches machen es auch am Freitag schon, damit sie den Fokus gar nicht mehr am Samstag, Sonntag auf die Schule oder auf die Woche legen müssen. Das ist aber wirklich Geschmackssache. Aber ich rate es, jeden eine solche Kalenderplanung, wie gesagt, entweder Freitag oder am Wochenende zu machen, um dann eben mit einem fertigen, organisierten Kalender in die Woche zu starten. Du hast ja vorhin gemeint, dass du auch zum Beispiel Ressourcen für Freizeit oder Ressourcen für Probleme, also Probleme, Lehrkraft fällt aus und du musst vielleicht was vertreten, hast eine neue Vorbereitung, aber auch Freizeit, bester Kumpel, beste Freundin melden sich und sagen, hey, hast du Lust, mal eine Runde Sportlern zu machen oder was trinken zu gehen. Wie planst du denn sowas ein? Ich plane mir zweimal die Woche einen längeren Puffer ein. Da empfehle ich auch unterschiedliche Modelle. Ich mache es zweimal die Woche, mittwochs und freitags. Andere, meine Coaches, machen es teilweise auch jeden Tag. Das ist einfach so eine Geschmackssache. Und wenn jetzt zum Beispiel am Montag oder Dienstag jetzt irgendetwas aufploppt, angenommen, ich habe jetzt dienstags in der Freistunde geplant, dass ich eine Korrektur mache und stelle fest, ich bekomme jetzt eine Vertretungsstunde. Das heißt, ich kann die Korrektur da nicht so machen. Dann verschiebe ich diese Korrektur enten dann auf den Dienstagnachmittag beispielsweise und schiebe eine Aufgabe von Dienstagnachmittag, die ich dort geplant habe, dann in den Mittwoch in diese Pufferzeit rein. So füllt sich dann nach und nach dieser Puffer, je nachdem, wie viel Unvorhergesehenes kommt. Man hat ja nicht jede Woche Vertretung unbedingt beziehungsweise es passiert jetzt ja auch nicht jede Woche irgendwelche unvorhergesehenen Tasks, dass man unbedingt jetzt noch ein dringendes Elterngespräch führen muss und so weiter. Aber so kann ich das dann steuern. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man die Aufgaben mal etwas mit einer zeitlichen Vorausplanung macht. Weil was nützt mir das, wenn ich am Montag, also am Mittwoch einen Puffer habe und ich habe aber am Montag die Unterrichtsvorbereitung für Dienstag drin. Ja, die kann ich nicht auf Dienstag verschieben, die muss ich ja machen. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch im Voraus plant, dass man nicht diese Tasks so hat, dass man die für den nächsten Tag erledigen muss, sondern immer, ich sage immer, mindestens zwei Tage Vorlauf hat, aber am besten sogar noch längeren Vorlauf hat. Das heißt, dass man beispielsweise die Stunden, wenn man Freitag Unterricht hat, dass der schon am Dienstag in der Planung drin steht. Und dann kann man auch locker, wenn er am Dienstag wirklich was ist, das noch auf Mittwoch verschieben, hat immer noch einen zeitlichen Punkt. Jetzt haben wir einmal Struktur, dass ich einen Kalender überhaupt führe. Ich kenne das auch von Freundinnen und Freunden, die haben dann einen analogen Kalender, da stehen Geburtstage drin, dann haben sie noch einen Kalender, wo zum Beispiel die Ferien, Ferienaktivitäten oder ähnliches drinstehen. Und dann haben wir noch einen Kalender, wo Sport und also mich würde das schon stressen, wenn ich mehrere Kalender hätte. Also ich habe auch einen, ich habe auch Google-Kalender, den kannst du auch freigeben, deiner Partnerin, deinem Partner, um zu schauen, okay, wo gibt es denn gemeinsame Lücken, wo man sich dann oder gemeinsame Sachen unterleben kann. Jetzt haben wir auch das Thema, viele haben Aufgaben, die tragen sie in den Kalender und sind dann erstmal erschlagen von den ganzen Aufgaben. Es gibt ja auch Tools hinsichtlich der Priorisierung von Aufgaben. Welche Zeitmanagement-Tools nutzt du denn für dich selbst oder auch für deine Klientinnen und Klienten, um sich besser zu strukturieren, abgesehen von der Struktur selbst, vom Kalender zum Beispiel? Ja, Priorisieren von Aufgaben ist ein ganz entscheidendes Thema. Ich merke das immer wieder, dass viele Lehrkräfte die Prioritäten falsch legen und hinterher dann feststellen, dass sie sich mit eigentlich unwichtigen Aufgaben beschäftigt haben und sehr lange damit beschäftigt haben. Und das, was jetzt wirklich eigentlich dringend und wichtig ist, nicht ansteht und die dann plötzlich noch abends erledigt werden müssen oder gar nachts. Da gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Tools, die ich empfehle. Das eine ist die berühmt-berüchtigte Eisenhower-Matrix, dass man sich wirklich am Wochenende mal aufschreibt oder am Freitagnachmittag, also bevor man diesen Google-Kalender macht, welche Aufgaben stehen denn eigentlich für diese Woche an und welche Dringlichkeit haben diese Aufgaben, also dringend und wichtig, nicht dringend und nicht wichtig, wichtig, aber nicht dringend und nicht wichtig, aber dringend. Und dann eben aufgrund dieser Priorisierung die Aufgaben dann in den Google-Kalender einträgt. Alleine taugt die Eisenhower-Matrix nichts. Viele sagen mir, die Eisenhower-Matrix kenne ich, aber das bringt mir nicht viel. Ja, bringt auch nicht viel, weil diese Tools müssen ineinandergreifen wie Zahnrädchen. Nur so komme ich zum Erfolg. Ein Google-Kalender, den wir beschrieben haben oder wie wir es beschrieben haben, bringt mir auch nicht viel, wenn ich die falschen Aufgaben eintrage. Und deswegen müssen die Sachen auch wirklich ineinandergreifen und dann funktioniert es auch. Und dann wird auch das Zeitmanagement wesentlich besser werden. Zweites Tool, was ich empfehle, ist ein Canber-Board zu nutzen. Ist so ein bisschen Geschmackssache, ob es einem liegt, diese Form und Art und Weise, weil da gibt es wirklich gute Boards. Am besten ist es auch, wenn man sie ein bisschen individuell nach seinen Bedürfnissen anpasst, weil nicht jeder Lehrer, wir haben es ja vorhin schon eingangs besprochen, ein Grundschullehrer hat ganz andere Herausforderungen als ein Gymnasiallehrer und jemand, der vielleicht noch in der erweiterten Schulleitung oder gar Schulleitung ist, hat noch andere Aufgaben, sodass man sich dieses Canber-Board anpassen sollte, vielleicht auch sogar mehrere Boards anlegen sollte für die verschiedenen Bereiche, Unterricht, Administratives etc. da. Kannst du ganz kurz erklären, was das für ein Board ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Tabelle? Ja, es ist wie eine Tabelle. Ein Canber-Board kommt ursprünglich aus der Automobilindustrie. Das klassische Canber-Board hat drei Spalten. Offene Aufgaben, Aufgaben in Arbeit und erledigt und die Aufgaben werden, die offenen Aufgaben eingetragen, dann werden sie in die Spalte, das ist in Arbeit, geschoben und dann in die Erletigt-Spalte. So sind auch die Canber-Boards, die man sozusagen als Software sich kauft. Wenn man ein neues Board erstellt, ist das sozusagen immer voreingestellt, aber man kann das natürlich modifizieren. Ich rate dazu, dass man mindestens fünf Spalten macht, also offene Aufgaben, dann Aufgaben, die in sieben Tagen zu erledigen sind, Aufgaben, die in 30 Tagen zu erledigen sind, dann die, die gerade im Laufen sind und dann die erledigten Aufgaben und sinnvoll ist es auch, sich durchaus mehrere Boards zu erstellen für die verschiedenen Bereiche, dass man eben nicht unbedingt Unterrichtsvorbereitung mit administrativen Dingen mischt. Ja, also ich nutze die auch, die Boards, sei es jetzt in Notion, gerade mit Teams macht, also wenn man in größeren Teams arbeitet, in Projekten oder ähnliches, dann kannst du ja auch die Leute dort einladen und siehst, okay, die Person bearbeitet gerade diesen, diesen Punkt, auch das Thema Eisenhower Matrix, Dinge, die ich delegieren, gerade das Thema Selbstständige, ich muss alles alleine machen, solche Glaubenssätze und Co. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die ich delegieren kann oder sogar einer KI abgeben kann oder eine Möglichkeit zu automatisieren, wo ich dann nicht mehr so viel Zeit investieren muss oder brauche, um mich zu managen. Ja, definitiv. Das ist ein großes nächstes Thema, nämlich dieses Systematisieren, Delegieren von Aufgaben und das man, was sage ich jetzt, Systematisieren, Delegieren und Digitalisieren, genau, wir haben von Digitalisieren gesprochen, dass man diesen Dreiklang auch immer wieder mal überprüft und sagt, hey, was kann ich denn eigentlich digitalisieren an Dingen, da gibt es sehr, sehr vieles, was Lehrkräfte digitalisieren können. Da muss man sich aber auch mal die Zeit wieder nehmen. Das klingt natürlich jetzt wieder hart, wenn ich nämlich schon am Anschlag bin und jetzt soll ich mir auch noch Zeit nehmen, um solche strategischen Planungen zu machen, aber es wird sich hinterher auszahlen, wenn ich Sachen systematisiere, wenn ich Sachen digitalisiere und auch das Delegieren, viele Lehrkräfte denken, das funktioniert nicht. Wen soll ich denn delegieren? Also außer die Schulleitung, die nach unten delegiert, wohin soll man hin delegieren? Doch es funktioniert. Also gerade auch beispielsweise an Eltern zu delegieren, also organisatorische Sachen und die Eltern um Entlastung zu bitten, Elternrat, Elternvertreter oder auch an Schüler zu delegieren. Viele Dinge kann man auch an Schüler, dass die das untereinander regeln, dass sie selbst zum Beispiel ab einer gewissen Klassenstufe, da sind wir wieder beim Unterschied zwischen Gymnasium und Grundschule, dass sie zum Beispiel einen Schulausflug, die können selbst mal eine E-Mail oder mal anrufen und fragen, wie viel kostet der Eintritt, wir wollen da und da hingehen, macht uns mal ein Angebot und die Lehrkraft unterschreibt das dann hinterher nur. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, was zu delegieren, man muss nicht mal alles selber machen. Und selbst unter Kolleginnen und Kollegen kann man gut delegieren, wenn man feststellt, hey, ich mache die Aufgabe eigentlich ganz gerne und ich komme damit gut klar, dann übernehme ich die Aufgabe von einem Kollegen und gebe dafür was, was ich nicht gut kann und was der Kollege viel, viel besser kann und vielleicht auch lieber macht, einfach ab. Und somit habe ich auch Aufgaben delegiert, bekomme zwar eine Aufgabe wieder, aber im Endeffekt haben beide Zeit und vor allem mit dem ganzen Ärger gespart, etwas zu machen, worauf sie gar keinen Bock haben. Was sind denn so, abgesehen von der Zeit, du hast vorhin schon die Geräuschkulisse zum Beispiel erwähnt oder Vorbereitung, Nachbereitung, was sind denn so typische Stressoren, die dich als Lehrkraft betreffen? Du hast ja jetzt von Fünfte bis Abi. Was sind so Stressoren, abgesehen von der Organisation und von der Struktur, die dich noch stressen? Also der größte Stressfaktor in der Schule ist die wenigen Pausen. Denn man geht in der Pause ins Lehrerzimmer, erstens ist dort Lautstärke, weil sich die Leute unterhalten und dann wird man auch ständig angesprochen, dass eben Kollegen von einem was wollen für den kurzen Austausch, für den kurzen Austausch, letztlich ist dann die Pause weg oder eben, dass es dann am Lehrerzimmer Tür klopft und die Schülerinnen und Schüler, die nutzen natürlich die Pausen auch, um die Lehrkraft irgendwie aufzusuchen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ein gutes Mittelmaß findet. Wann möchte ich denn im Lehrerzimmer ansprechbar sein? Wann habe ich auch vielleicht Lust auf Smalltalk? Weil Smalltalk ist keine Erholung, sondern Smalltalk ist schon klar, wir wollen das mal machen, wir wollen auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Kontakt bleiben, aber es ist keine Erholung, keine Regeneration. Und dass man sich ganz bewusst in der Woche auch sagt, wann ziehe ich mich denn zurück? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man geht in leeren Klassenraum und setzt sich da in der Pause hin und kommt runter, dann hat man eben wirklich seine Ruhe. Oder was auch eine gute Möglichkeit ist, in den naturwissenschaftlichen Vorbereitungsräumen, ich beispielsweise als Physiklehrer setze mich natürlich auch mal in der Pause im Physikraum, im Physikvorbereitungsraum. Oder eben, wenn man ins Lehrerzimmer geht, ist eine Möglichkeit, auch mit Kopfhörern zu arbeiten, dass man sagt, ich höre ein bisschen Entspannungsmusik, setze meine Kopfhörer auf und trinke was und esse eine Kleinigkeit. Weil das ist auch für viele Kolleginnen und Kollegen ein gutes Signal. Ich bin jetzt nicht ansprechbar, ich möchte jetzt nicht gestört werden, zumindest auch, was das Thema Smalltalk angeht. Also wir haben zum einen als Stressfaktor die kurzen Pausen. Ich kenne das noch so als, gehen wir zurück in meine Schulzeit, die Lehrkräfte sind dann irgendwie über den Gang gehetzt und wurden auch von mir oder von anderen Schülern ständig angequatscht und dann waren die schon so hektisch. Im Nachhinein, gar nicht das vollkommen nachvollziehen, zehn Minuten Pause oder große Pause, die müssen mal auf Toilette, die wollen was Essen trinken, wollen mal ihre Ruhe haben. Das mit den Kopfhörern, das ist ein guter Tipp, was ja auch auf andere Themen unabhängig vom Stuhldasein umgesetzt werden kann. Was sind denn noch so Stastoren? Definitiv, bei den Kopfhörern wollte ich noch kurz ergänzen, am besten mit Noise Cancelling und noch besser sind Over-Ear-Kopfhörer, weil die sind dann gerade bei Leuten mit längeren Haaren, sieht man die Kleinen nicht und mit den Over-Ear-Kopfhörern das äußere Symbol natürlich auch noch viel, viel größer. Es macht wirklich was. Das haben ja immer wieder, also ich merke es selbst, aber es haben ja auch immer wieder Coaches bestätigt, dass sobald sie die Kopfhörer aufsetzen, sie Ruhe haben. Ja, weitere Stressoren sind natürlich die vielen kleinen Aufgaben, die man zu tun hat und da den Überblick zu behalten. Es sind nicht, natürlich sind es auch Korrekturen, Unterrichtsvorbereitungen, weil das sind Dinge, die man ja selbst plant und die ja auch einen größeren Zeitrahmen nehmen. Die kleinen Dinge, so Kleinigkeiten, die man zu erledigen hat, ob das beispielsweise irgendwelche noch Eintragungen im Klassenbuch sind, irgendwelche Fehlstatistiken, irgendwelche organisatorischen Dinge für irgendeinen Wandertag, dann ist eine Konferenz, da muss man nochmal irgendwas beim Protokoll nachgucken, irgendwas in die Schülerakte abheften, etc. Es fallen immer wieder so Kleinigkeiten an, die dazu führen, dass man denkt, man hat einen unglaublichen Workload oder man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und da ist es besonders wichtig, diese Aufgaben, diese kleinen Aufgaben sich zu notieren und dann auch zu systematisieren, dass man Dinge eben zusammenfasst. Beispielsweise sich auch E-Mail-Zeiten einplant und sagt, okay, es reicht eigentlich als Lehrkraft, einmal am Tag in seine E-Mail zu gucken, also jetzt als normale Lehrkraft jetzt nicht auf der Leitungsebene. Viele Kolleginnen und Kollegen gucken aber ständig rein, sie gucken dann auch noch abends rein, dann kommt die E-Mail von den Eltern, die sie dann wieder triggert, weil sie vielleicht nicht ganz so nett ist und das Wichtige ist, dass man sagt, ich gucke einmal am Tag in meine E-Mails rein, alles was schnell abzuarbeiten ist, also so unter zwei bis drei Minuten, wo ja nur ja, nein, vielleicht geantwortet werden muss, das sofort abzuarbeiten und alles andere dann wieder einzuplanen und zu sagen, okay, wenn jetzt beispielsweise die Elternanfrage kommt, warum die Bewertung in der Klassenarbeit bei Aufgabe drei so und so aussieht und nicht so und so, wo man doch vielleicht ein bisschen länger braucht, dann nicht sofort antworten und schon gleich gar nicht am Abend, sondern dann plant man sich das ein, wann ist eine Lücke, das hat auch noch Zeit, das muss nicht sofort beantworten, das kann am nächsten Tag, das kann auch am übernächsten Tag noch beantwortet werden, guckt man, wann hat man eine Lücke, wann hat man vielleicht noch weitere solche Tasks, die man abarbeiten muss, E-Mails und plant sich das direkt in seinen Kalender ein und das wird dazu führen, dass man auch weniger Stress hat, aber genau diese kleinen Anfragen, dass man denen Herr wird sozusagen und dass die nicht irgendwie eher aufgeschoben und so weiter werden. Ich glaube, dieses Thema Digitalisierung hat ja zum einen seine Vorteile, aber ich kenne das auch von Lehrerinnen und Lehrern, die dann wie eine Art, ich bin ja jetzt in Sachsen zu Hause, dass die dann eine App haben und dann gibt es Benachrichtigungen, E-Mail, Vertretungen und 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 dann macht das dann 21.30 Uhr, bing, bing, bing und dann wird zum Handy gegriffen und dann ist eigentlich die Freizeit vorbei. Dann sind sie ja eigentlich schon wieder im Arbeitsmodus und das sind ja auch alles Minuten und Zeiten, die eigentlich dann sich in die Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit und überhaupt in die Stundenanzahl hochbringt. Wie gehst du damit um? Hast du dann Benachrichtigungen abends aus oder es gibt ja auch WhatsApp-Gruppen wahrscheinlich zwischen Lehrern oder Schülern sogar vielleicht, je nachdem, in welchem Alter man unterwegs ist. Wie würdest du damit umgehen? Also WhatsApp-Gruppen mit Schülern würde ich auf jeden Fall nicht machen. Es ist auch an vielen Schulen verboten oder an vielen Bundesländern verboten. Es ist eine sehr, sehr graue, graue Zone. Grundsätzlich Benachrichtigungen abends ausstellen und klar auch kommunizieren. Manche Schulen machen das auch. In Wittenberg haben mein Schulleiter und ich als Stellvertreter auch ganz klar kommuniziert, den Lehrkräften auf der Konferenz sie müssen nach 16 Uhr keine E-Mails mehr beantworten. Und das haben wir auch den Elternvertretern oder auf der Gesamtkonferenz so gesagt, Lehrkräfte sind nicht verpflichtet, nach 16 Uhr eine E-Mail zu beantworten. Wenn sie es natürlich machen, dann ist es ihre Sache. Aber die Eltern können keine Antwort erwarten, wenn sie um 17, 18 oder gar noch später eine E-Mail schreiben, dann müssen sie warten, dass es am nächsten Tag beantwortet wird. Und das sollte man sich als Lehrkraft, egal ob das jetzt Opinio Comunes an der Schule ist oder ob das man das selbst für sich festlegt, aber es sollte auf jeden Fall jeder für sich festlegen, wann seine Zeit ist, ob das jetzt 16, 17 oder 18 Uhr ist, das ist völlig egal, das muss man mit sich selbst ausmachen, dann wenn es jetzt keine allgemeine Regelung an der Schule gibt und das dann eben auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, du kannst nicht erwarten, ob das jetzt ein Kollege ist beispielsweise oder auch Eltern sind, dass nach 18 Uhr ich beispielsweise darauf antworte. Also es soll zum einen auch in die Kommunikation gehen, egal in welchem Beruf du jetzt tätig bist, das nach auszutragen, wann bist du erreichbar und wann nicht. Ich habe viel mit Coaches zu tun und auch da diese Selbstständigkeit, ich bin rund um die Uhr erreichbar, 24 Stunden, siebenmal die Woche WhatsApp-Supporten, wo du sagst, braucht es das wirklich oder braucht es eine klare Kommunikation, wann du verfügbar bist und wann nicht. Wir sind ja jetzt keine Klubben, die sich um ihre Klienten rund um die Uhr kümmern. Wir haben auch unsere Zeiten und das zeigt ja auch, dass wir auf uns selbst achten. Genau. Was sind denn so Dinge, womit du persönlich Stress abbaust? Weil es geht ja auch um das Thema Stressmanagement und dein Stresslevel reduzieren. Was sind denn Dinge, die sich bei dir bewährt haben, um deinen Stress abzubauen? Also es sind zwei Dinge, es sind die kleinen Sofortmaßnahmen auch in der Schule einfach sich bei langen Tagen, ich habe zweimal die Woche sieben Stunden Unterricht am Stück, dass ich die Pausen wirklich nutze, um mich zurückzuziehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, im leeren Klassenraum, dort eben auch Entspannungsmusik zu hören, vielleicht auch eine kleine Meditation zu machen. Das kommt immer so darauf an, wie gerade so die Stunden gelaufen sind und auf die Art und Weise runterzukommen. Das sind die kleinen Maßnahmen während des Unterrichtsalltags, dass man eben nicht nach Hause kommt und total erschlagen ist, sondern eben danach noch die Energie hat, seinen Unterricht vorzubereiten oder Korrekturen zu machen, auch nach sieben Stunden Unterricht. Klar, dass man dann nochmal eine längere Pause macht und nach Mittag isst, völlig klar, vielleicht nochmal einen kleinen Spaziergang macht oder eben Workout. Das wäre dann der nächste Punkt, um Stress abzubauen. Ich mache relativ viel Sport in der Woche, also dreimal mindestens. Meistens ist es sogar mehr. Das entscheide ich aber immer, je nachdem, was in der Woche anliegt. Ich habe ja auch noch mein Business nebenbei und wie es eben passt von Terminen her. Ich mache individuelle Sportarten bewusst, dass ich eben auch ein bisschen flexibler bin. Also ich laufe, ich schwimme und gehe ins Fitnessstudio. Und was ein ganz entscheidender Punkt bei mir ist, was mir extremst hilft, noch Stress abzubauen und mich zu regenerieren, ist dann eben auch in die Sauna zu gehen und mich da zu regenerieren. Entscheidend ist auch, Stress hängt ganz, ganz eng mit dem Thema Schlaf zusammen und den Schlaf zu priorisieren, ist eine ganz wichtige Sache. Was sind so deine Schlafroutinen, sodass du bestmöglich eine gute Qualität beim Schlaf rausbekommst? Auch gerade das Thema High Performance. Bin ich auch mit Klienten immer mehr dran, den Schlaf zu optimieren. Was sind so deine Dinge, die sich bei dir etabliert haben? Also mit was ich sehr, sehr gut gefahren bin, ist Blaulichtfilterbrille am Abend aufzusetzen, mindestens zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen. Das ist definitiv, also ich bin Brillenträger, ich habe dann so Clips dafür, dass ich dann auch wirklich diese tieforangenen Gläser, viele denken, das machen schon diese durchsichtigen Gläser, wo so ein Blauschimmer drin ist. Nee, machen sie nicht. soweit dieser Punkt, sondern wirklich diese tieforangenen Gläser, dass ich eine Stunde vorm Schlafen gehen keine technischen Geräte mehr habe, also kein Computer oder Tablet oder Smartphone, sondern eben lese. Und was sich bei mir bewährt hat, abends warm duschen. Und die drei Sachen sind schon sehr, sehr entscheidend dafür, die Schlafqualität nach oben zu bringen. Hast du deinen Schlaf in irgendeiner Form mal vermessen, sei es über die Herzratenvariabilität oder Schlafprotokoll, hast du irgendwie deinen Schlaf mal getrackt oder in irgendeiner Form ausgezeichnet? Ich tracke mit der Apple Watch, die macht das wirklich sehr, sehr gut und gucke, dass ich dann auch sehe, wie viel Tiefschlaf, wie viel REM-Schlaf ich habe und achte auch wirklich darauf, dass, wenn ich jetzt beispielsweise zu wenig Tiefschlaf habe, frage ich natürlich, woran es lag. Ich meine, kein Mensch ist perfekt. Manchmal gibt es eben auch Dinge, wo man dann doch abends nochmal länger irgendwie am Schreibtisch saß oder dann doch nochmal irgendwas sich angeguckt hat oder man fragt sich dann, oder war der Tag besonders stressig, dass die Schlafqualität dann doch ein bisschen darunter gelitten hat. Aber die Frage, sich einfach zu stellen aufgrund eines solchen Schlafprotokolls, woran lag es denn? War das jetzt nur eine Einzelsache? Oder wenn das jetzt mal drei Tage hin, woran liegt es? Dann gibt es vielleicht irgendeine Stellschraube, an der man vielleicht noch drehen sollte oder worauf man besonders achten sollte, dass es eben wieder besser wird. Und dieses Reflektieren auf täglicher Basis und auch natürlich auch wöchentlicher Basis, nicht nur beim Schlaf, sondern bei vielen anderen Dingen auch, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, um zum Erfolg zu kommen, dass man immer wieder schaut, wo stehe ich eigentlich? Was läuft denn gut? Aber wo kann ich mich noch verbessern? Und wo sind denn meine größten Hebel eben, um jetzt zum guten, erfolgreichen Lehrerleben zu kommen mit weniger Stress und mehr Zeit für andere Dinge? Also nochmal kurz zusammengefasst, das Thema Schlaf, dass Stress eine große Rolle auch in unserem Schlaf spielt und zum Beispiel das Thema Licht, das habe ich schon in verschiedenen Podcast-Folgen auch schon thematisiert, findest du auch in verschiedenen Guides bei mir, das Thema Schlaf, aber Blaulichtfilterbrillen für gerade, die ja viel am Computer arbeiten. Du hast ja auch diese blau-schimmernden Brillen gemeint, viele Optiker bauen das schon ein, damit die Netzhaut nicht ganz so einen wegkriegt, aber das Thema Schlaf abends nach Sonnenuntergang Rotlicht zu generieren und Blaulicht zu filtern, das macht sehr viel aus und das Thema warmduschen, gerade Melatonin macht uns so ein bisschen kühler, zu denken unsere Temperatur ab und da unterstützt es nochmal diese Wärme, auch eine Wohlfühlatmosphäre im Bett zu haben und sagen, okay, ich gehe da gerne hin. Ja, vor allen Dingen, man spricht ja vom sogenannten Temperaturparadoxon, auch wenn es kein Temperaturparadoxon ist, jeder Physiker würde sagen, das ist natürlich, wenn ich mich abends warm dusche, kühlt der Körper runter, logischerweise warm von außen, senkt die Körpertemperatur und das ist ja genau das, was wir im Schlaf haben wollen, die Körpertemperatur wird im Schlaf abgesenkt und wenn wir den Körper von außen unterstützen, die Körpertemperatur abzusenken, dann werden wir besser schlafen, übrigens morgens dann kalt duschen und genau das Umgekehrte. Ja, also das ist auch, was du etabliert hast, das kalte Duschen für dich? Ja, ja, also ich dusche mich zweimal am Tag, das klingt zwar erst mal verrückt wegen Wasserverschwendung und Haut und wie auch immer, aber es ist, es ist, der Benefit ist extremst und deswegen abends kurz warm duschen und abends, morgens kalt duschen. Also da haben wir beide sehr starke Parallelen. Ich hüpfe früh immer in den Fluss, ganz Jahr oder dann im Sommer früh kalt duschen. Für mich beginnt jetzt wieder die Weiter- und Winterbadesaison, aber abends warm duschen, das ist fast immer die Regel. Außer ich bin abends nochmal irgendwo im See unterwegs, dann muschle ich mich ein mit einer Wärmflasche oder ne, mein Fellsack, also mein Hund und der muss mich dann wärmen. Alexander, jetzt haben wir ja einige Sachen besprochen, das Thema Zeit und Stress. Gibt es noch eine Sache, wo du sagst, hey, das möchte ich mit den Lehrkräften jetzt noch teilen, das müssen die auf dem Schirm haben, das, vorher können wir den Podcast nicht schließen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich könnte noch stundenweiter erzählen über viele, viele Dinge. Eine Sache würde ich noch einstreuen, nämlich wir haben über Zeit und Stress gesprochen. Ein ganz entscheidender Punkt ist das Thema Mindset. Das klingt jetzt wieder so abgetroschen, Mindset. Es ist einer der größten Hebel, nämlich Zeit und Stressmanagement beginnt im Kopf. Und wenn ich nicht mit der richtigen Einstellung da reingehe, kann mir die Produktivitätsmethoden alle nichts bringen. Und das ist auch der Grund, warum viele, viele, egal ob jetzt Lehrkräfte oder alle anderen, die sich produktiver sein wollen, an Büchern scheitern. Sie lesen sich irgendwelche Produktivitätsmethoden durch, ob das im Büchern, Internet, wie auch immer, einzelne Sachen, Pomodoro-Methode, Eisenhower-Matrix, was wir schon vorhin alles genannt haben und stellen fest, es funktioniert nicht. Weil die Zahnräder nicht ineinander greifen und weil die Einstellung dazu, das Mindset, gar nicht da ist. Und das ist eben der ganz entscheidende Punkt. Ich muss auch bereit sein für die Veränderung. Ich muss bereit sein, mich auf den Weg zu machen, auf den Weg machen zu wollen und was zu verändern. Und das ist die Grundvoraussetzung, bevor ich dann eben an diese Themen, an die docke. und eine Sache rate ich jedem, das mache ich jetzt einfach so, als diesen Tipp für alle Lehrkräfte mit, mal zu skizzieren, wie der ideale Schulalltag aussieht. Einfach mal wirklich aufzuschreiben, von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen, einen normalen Schulalltag. Und dann hinterher zu markieren, wie weit man von seinem Ist-Zustand, also der Ist-Zustand von seinem Wunsch, seinem idealen Schultag weg ist. Man wird überrascht sein, welche Punkte das sind und auf wie viele Punkte man selbst Einfluss hat. Es ist nicht das System schuld, sondern man steht sich selbst im Weg. Das ist ein sehr schöner letzter Punkt, den du sagst. Also ich nutze das auch mit Klienten, einfach mal so einen Wunschtag, egal ob jetzt Schwulwesen oder in irgendeinem anderen Kontext, zu skizzieren. Auch wo stehst du früh auf, mit wem stehst du auf, wie startest du den Tag und dann auch da haben sie zwei Farbstifte, Rot und Grün. Grün können sie selbst beeinflussen. Rot ist okay, das ist systemisch oder das ist in irgendeiner Form vorgegeben. Manche denken, wir sind vorgegeben und merken, okay, habe ich doch einen Einfluss, als ich dachte. Das ist ein sehr schönes Tool, den idealen Tag. Ich nehme noch einen dritten Farbstift dazu für Lehrerinnen und Lehrer, nämlich die Mitte, nämlich was kann ich mit dem Kollegium verändern. Wenn ich mir neue Leute ins Boot hole, nämlich dann gibt es noch mal mehr Möglichkeiten, was ich verändern kann, die ich alleine vielleicht nicht hinkriege, aber wenn es die gesamte Schule oder es das Kollegium mitzieht, dass es dann funktioniert. Cool. Also in der Folge hört ihr auch wieder, ob jetzt für Schulwesen, vielleicht kennst du ja auch eine Lehrkraft und sagst, hey, die wirkt immer so gestresst und hat irgendwie nie Zeit, sich mal zu treffen. Schickt der Person diesen Podcast, dieses Interview oder noch besser, Alexander, wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte und ich möchte da mehr Ruhe in meinen Alltag reinbekommen, dass ich nicht so mit Schmerzen in die nächste Woche starte, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen, wie würde die Zusammenarbeit ausschauen und wo kann ich mehr über dich erfahren? Also, mehr über mich erfahren, erste Anlaufstelle natürlich, meine Homepage, alexander-schmidt-coach.de Ansonsten bin ich auch unter den gleichen Namen bei Instagram und LinkedIn unterwegs, also alexander-schmidt-coach bei LinkedIn und bei Instagram sind die Punkte dazwischen. Dementsprechend, da findet man auch alle nötigen Informationen und man kann dort eben eine kostenlose Coaching-Session buchen von einer halben Stunde, so dass man einfach mal gucken kann, wie kann ich weiterhelfen, kommen wir zusammen, ohne dass das jetzt irgendeine Verpflichtung mit sich bringt und dann kann man gucken, wie sieht dann ein individuelles Coaching eins zu eins eben aus. Das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Klickt euch da gerne durch, wenn ihr mit Alexander Kontakt aufnehmt und ihr seid über den Podcast aufmerksam geworden. Fragt liebe Grüße von Carsten, dann kann er das viel besser noch zuordnen. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, sei es jetzt LinkedIn oder Instagram, schätzt das wert, das ist trotzdem Zeit, das ist trotzdem Herzblut, die das reinfließen, sei es jetzt liken, teilen, einen Kommentar daruntersetzen oder auch eine Nachricht schreiben, sagen, hey Alexander, das hat mir weitergeholfen oder ich habe diesbezüglich noch Fragen. Das könnt ihr übrigens auch mit dem Podcast machen bei Spotify. Da gibt es eine Kommentarmöglichkeit und da kannst du Fragen stellen oder uns Feedback geben, Anregungen und dann können wir die im Nachgang auch nochmal beantworten, sodass wir da noch mehr Interaktion und gemeinsam an eure Themen arbeiten können. Cool. Alexander, das sind viele, viele ganz kleine Sachen mit, also auch eine Folge, die man definitiv zweimal hören darf, um noch ein paar Sachen rauszuhören. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise und dass du, ich sage es mal so, die Lehrkräfte entspannter machst. das hat ja weitreichende Folgen, auch für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, für alles. Also, total cooles Angebot, was du da zusammengestellt hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das auch hier so präsentieren durfte. Sehr, sehr gern. Wenn ihr Fragen habt, nutzt Spotify, nehmt mit Alexander Kontakt auf oder mit mir und vielleicht gibt es auch mal eine zweite Folge, wo wir nur über das Thema Zeitmanagement sprechen oder nur über das Thema Stress oder vielleicht ein anderes Thema, wo ihr sagt, hey, das möchte ich mal von einem Lehrer ganz genau wissen. In dem Sinne, Alexander, vielen lieben Dank für deine Zeit und alle, die zugehört haben und noch dran sind, gerne abonnieren und dann auch bewerten bei Spotify und iTunes. In dem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, ciao Alexander. Ciao.